Ja, hallo, ich grüße euch ganz herzlich. Ich möchte euch heute einen anderen Jahresrückblick vorstellen von 2023, den ich jetzt schon ein paar Leuten gezeigt habe und die waren alle ganz begeistert und ich bin auch ganz begeistert. Also zeige ich euch mal, was sich hier kreiert hat Ende des Jahres. Also ich mache das traditionell, habe ich das immer zwischen den Jahren gemacht, so einen Rückblick, was war in dem Jahr und habe gemerkt, irgendwie vergeht die Zeit so schnell zwischen den Jahren. Die paar Tage, da habe ich jetzt ein bisschen früher schon angefangen, vor Weihnachten schon, so ein bisschen eigentlich im ganzen Dezember mal geguckt, hey, was war eigentlich in dem Jahr, was fällt mir noch ein dazu. Ja, und dann habe ich das einfach erst mal auf DIN A4 Zettel aufgeschrieben, auf normale Blätter aufgeschrieben und da dachte ich, ah, da möchte ich aber jetzt gern was draus machen. So, und dann bin ich in den Laden gegangen und habe mir, also jetzt zeige ich erst mal, wie das dann fertig aussieht, so, ja, genau, und wie habe ich das gemacht? Also ich bin dann in so einen Laden gegangen, wo es Billigzeug gibt, das mache ich nicht so gerne und so oft, aber dann habe ich hier dieses Ding gekauft, habe gedacht, ach komm, ich kann bei mir zu Hause nicht, selbst nicht arbeiten. Ich gehe jetzt mal in den Kaffee, das mache ich normal auch nicht, in den Kaffee gehen und genau, bin dann in die nächstgrößere oder, ja, ein bisschen größere Stadt gefahren und habe mich da in den Kaffee gesetzt, ja. Und habe dann die Sachen, die ich auf dem DIN A4 Blatt hatte, irgendwie aufgeschrieben, auf diese Zettel und habe dann aus den Zetteln, das habe ich dann eben auf dieses DIN A3 Blatt draufgeklebt. Also hier ist zum Beispiel mein Jahr als Autorin und Bloggerin, müsste man sagen, da habe ich dann erst mal, ja, was habe ich denn für Veröffentlichungen gemacht, Zeitschriftenartikel, Podcast, ein Podcast, zwei Okitalk-Sendungen, eine Radiosendung. Was habe ich denn für Lesungen gemacht, das waren also kleinere Lesungen, also was da jetzt genau steht, ist ja egal. Ihr habt es mal gesehen, dann habe ich hier, welche Kanäle ich so bespiele, meine eigenen Kanäle, Blogs, die Another World Site, den Vagabunden Blog, meinen YouTube-Kanal, Telegram-Kanal und so weiter. Und hier bei Sonstiges, die Buchmesse in Leipzig, eine Fortbildung und die Autorengruppe, bei der ich jetzt bin, Autorengruppe Nordhessen. Da bin ich jetzt, genau, seit einem halben Jahr. Und hier unten habe ich geschrieben, ja, was ich privat gemacht habe. Also erst mal hier die Gruppen und habe auch gesehen, wow, das war das Tollste. Was habe ich eigentlich für eine Fülle mir kreiert oder was hat sich für eine Fülle kreiert für mich? Sage ich, das habe ja nicht alles so ich getan, sondern es entsteht ja auch vieles von selber. Und in was für einer Fülle lebe ich eigentlich? Wie viele Gruppen habe ich eigentlich? Also das Tollste in dem Jahr war Atabana und so eine Neurokontakt, das ist so mit Delfinen gewesen. Dann habe ich aber auch Weg des Künstlers eine Gruppe, noch eine alte Weggemeinschaft von der Potenzialentfaltungsgruppe, ein Wirkteam. Also ja, und Selbsthilfegruppen. Was habe ich für Kurse gemacht? Da habe ich also auch so einen Schreibkurs. Jetzt mache ich gerade einen mit Trauma-Leben, aber auch GFK gemacht. Dann hier Sonstiges. Das war am Großprojekt eine gelbe Wand in meinem Garten und zwei Wände lasieren und abschleifen. Dann hatte ich einen Hamster mit 15 Jungen, die ich großgezogen habe und dann untergebracht. Ja, dann hier, was ich täglich mache, so spazieren gehen, Fahrrad fahren oder tanzen, mich bewegen irgendwie. Dann habe ich hier die Menschen individuell, mit denen ich Kontakt habe, mehr wie einmal, also regelmäßig, mehr oder weniger regelmäßig. Die habe ich mal alle aufgelistet. Das sind schon eine ganze Menge geworden. Habe aber auch eine Liste gemacht, muss ich dazu sagen, mit Leuten, die ich irgendwie losgelassen habe auch. Weil ich gemerkt habe, die Bedürfnisse, das passt eigentlich gar nicht so richtig zusammen. Und habe ich auch noch mal eine Liste, aber die habe ich dann nicht übertragen, sondern einfach nur mal so. So, und dann habe ich hier noch als letztes, welche Reisen ich unternommen habe. Es waren nicht viele, aber so ein paar kleine Reisen hier in Deutschland habe ich auch noch aufgezählt. So, ja, und da die Leute alle so begeistert waren, denen ich das gezeigt habe und ich selber auch, weil sich das aus mir selbst kreiert hat, aus der reinen Freude am Tun. Habe mir einfach die Zeit genommen, habe mir überlegt, oh, was möchte ich machen und habe mir einen Pina Colada Cocktail bestellt in dem griechischen Kaffee, Bistro. Genau, und dann hat es richtig Freude gemacht, ja. Und ja, also, wie auch immer, ich danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr inspiriert worden seid, ja, macht gerne was ähnliches aus eurem Jahresbericht. Genau, und wenn ihr Lust habt, abonniert den Kanal und gebt mir ein Like, wenn es euch gefallen hat oder gebt es weiter, wie auch immer. Und ich freue mich auch immer über Kommentare und Feedback. Tschüss!